yo leute ich bin es wieder der modiger heute mal ohne cam weil ich keinen bock habe mich jetzt damit zu beschäftigen jetzt momentan weil ich habe spätschicht momentan und da habe ich keine lust einfach oder so zu sehen weil die runde macht war wie heute zocken wir nämlich er simon anziehen soll natürlich nicht weil die noch nie gespielt habe ich habe gehört die soll richtig sein dmg also ich habe keine ahnung davon noch nie die md gespielt aber die soll gut sein heute nehmen wir die ausdecken welchen game mode spielen wir natürlich in der shipment und aus einfach nur weil ich bock habe ich werde mich mal ich werde mal gucken wie die soll denn spiel ich die macht vielleicht denn noch mal ein video wenn ich von der waffe überzeugt bänden ich habe jetzt eine woche oder zwei wochen lang nicht gezockt wenn grad mehr weil ich einfach in arbeit und so und kein bock da drauf gehabt ja aber mal gucken dann zocken wenn ich die so schon gut finde dann werde ich natürlich hoch leveln und denn wenn wir mal sehen wie denn nachher wenn ich die richtigen aufsitzung ob vielleicht kommt dann noch ein patch raus dass sie denn gedürft wird oder so aber erst mal wie wird es laut ja ich spawne erst mal wieder reinkommen ich habe einfach keinen aim gerade ja ich werde durch die wand gekillt oder was ich weiß nicht mal was hier abgeht gerade also ganz ehrlich ja das nachladen ist natürlich komplett für den arsch der her weil zehn jahre nachladen ist aber wenn man gut mit der waffe trifft wird sie sehr schnell wir sind gerade in eine runde reingekommen deswegen spielen wir jetzt noch eine runde weil wir haben uns komplett dominiert und deswegen sind die leute rausgegangen die leute mdp das ist halt normal macht er hier meister abschütze weil er ist so mehr verabschütze weil er ist hier runde aber wenn ich nachher die aufsätze habt dann werde ich sie also die waffe ist schon schon stark an also no joke selbst ohne aussätze aber wenn es nachher aufsätze drauf haben das meint ihr wie das da abgeht der normal geil und ich weiß nicht ob jede waffe kann ich ja nicht ja kann ich nicht hier drauf dass sie sich von es ein zeit von der waffe nicht so schlecht auch wenn diese riesen platte da ist eigentlich nerven soll aber ich habe uns gar nicht so scheiße ich wollte eben eigentlich gucken munition hat die feuerrate erhöht und lauf die feuerrate erhöht das finde ich natürlich immer keine ach der kann das denn sein was hatte ich eine waffe gespürt alter der warte natürlich perfekte sein er spielt die roboter die wohl kann sehr stark sein soll der bombardement hat weil das irgendwie kämpfer wahrscheinlich ist ja es ist ein kämpfer ist richtig alles klar ja junge achte ja scheiße und irgendwelchen campender weggemacht zu werden das scheiß abschlusssphäre bekommen dass ich alter so einfach nur und jetzt noch eine runde die lobby nicht scheiße sprich ich alter dieses sbm das fakt so ab ich hab mir alles recht ist die waffe einfach nicht für eine maps geschaffen ich weiß es oder vielleicht habe ich einfach nur weil ich keine aufsetzen ab dass sie so da kommen jetzt welche ja ich werde von dem schaden gerne weggemacht der ich war voll und gegner oder was ja 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 das ist doch unnormal ja 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 die waffel macht schon damage aber ich bin grad momentan richtig scheiße so ein ding ist das nämlich oh mein gott das kann ich war das war das war nicht wirklich ja 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 alles klar jo macht sinn liga von schrottypen ja beim rennen mit seiner schrot schießen kann weil das ja so ein pferd ist oder so also so ein pferd ist total unnötig ist dass man das machen kann und das auch noch mit einer schrot und das auch noch mit einer schrot alter was ist das für ein riesen vorteil was sie haben damit dass sie beim rennen schießen können das ist da oben ist doch einer da oben ist doch einer jungen wieso soll die waffe gut sein wieso soll die waffe gut sein so ne alter muss die waffe spielen hey gerne komm und da wo alle sind oder was das ist das für runden dauern ja nicht mal zehn minuten kläger egal das war es jetzt kann nicht viel zu der waffe sagen ich muss sie hochspielen und mit aufsetzen spielen aber sagen dass sie ziemlich gut ist das einzige problem ist dass sie zehn jahre zum nachladen brauchen also wirklich zehn jahre braucht ihr einfach zum nachladen das ist das ist der schwachpunkt der waffe ich werde in zukunft die waffe hochspielen wird wahrscheinlich noch meinen wochenende vielleicht ein video davon machen derzeit werden andere wie also die roboter soll noch gut sein sturmgewehr da was ich schon mal gespielt habe da habe ich ein paar aufsätze aber nicht mp40 weiß jeder dass sie die roboter soll richtig nein svt 40 dmr einmal gespielt die schießt einfach auf mir viel zu langsam vielleicht gar nicht um so ist werde ich euch die roboter vorstellen wird euch da zeigen was man mit der waffe so ob die gut ist oder nicht so egal ja also jetzt denn oder ein ja 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 ja